Äh, also, was ist das? Ich spiele hier live voll ein neues Projekt mit Timo, Benni, Maren und Nikola. Ja, ja, in der Tat. Das ist ein sehr toller Modpack, den ich schon früher gespielt habe. Allerdings ist der bei uns ziemlich hart. Weil wir nicht wundern, wenn wir einfach komplett zum Server fliegen. Aber, naja. Benni sollte auch gleich kommen, aber der hat ein bisschen technische... Also, wir haben uns ausgesucht, weil Benni ja ganz viele Alpha-Strahlen verstreut mit seiner Dummheit. Gehen wir einfach, um es auszugleichen in den Raum Gamma. Und das werden wir dann jetzt gleich tun, oder? Willem, Willem, willst du bereit? Technische, technische Keiten reinnehmen, werden immer schlucken. Warum? Aber das gleicht doch nicht aus mit Benni, Benni. Gamma, alle zu Gamma. Benni muss nachkommen. Ja, ja. Ich weiß nicht, also ich verstehe nicht, aber deswegen was passiert. Ich bin schon drin, rechts, rechts, klick auf den Port. Ja, ich bin auch drin. Ja, ich bin auch drin. Oh, Schnee. Ich pass, pass. Das ist das erste Mal, dass der Schnee ist, oder? Ich starte mein Computer neu. Verstehst du? Aha, aha, okay. Cool. Ich starte mein Computer neu. Das ist Taumcraft activated. Das ist Taumcraft activated. Willem, wie machen wir diese ganzen Tinkers Mod Sachen? Wie machen wir diese ganzen Tinkers Mod Sachen? Wie machen wir diese ganzen Tinkers Dinger Sachen? Warte, ich create eine Party. Warte, ich create eine Party. Warte, ich create eine Party. Okay, und jetzt? Okay, und jetzt? Ah, Party. Willem, aber wie machen wir jetzt diesen komischen Crafting Table für Tinkers Mod? Alle kommen in meine Party. Aha, so fisch. Ah, so fisch. Willem, Willem, du bist hungrig, laut, laut, oben, rechts, oben, rechts. Ah, ich bin drin. Ah, ich bin drin. Okay. Hä? Willem, wie kann ich wieder raus? Hä? Willem, wie kann ich wieder raus? Ach so, oder? Ich hab gedacht mit E. Ach so. Aber wie macht man diese ganzen Tinkers Mod Sachen? Aber wie macht man diese ganzen Tinkers Mod Sachen? So, mein Computer ist aktiviert. So, mein Computer ist aktiviert. Jetzt mal schauen, dass es aktiviert. Jetzt mal schauen, dass es aktiviert. Okay, ich hab schon viele ersten Quests gemacht. Okay, ich hab schon viele ersten Quests gemacht. Ein Old Sick. Aha, das heißt, dass wir zu Supply-M. Willem, wo macht man diese Patterns? Willem, wo macht man diese Patterns? Willem, wo macht man diese Patterns? Patterns? Ja, das kann es nur... Eine Crafting-State. Ja, das kann es nur... Eine Crafting-State. Oh Gott, ja. Diese Patterns. Oh Gott. Diese Patterns. Ach. Normale Tools funktionieren. Wie machen? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Willem, meinst du normale Tools funktionieren? Wir, wir! Das ist Tinkers abstract. Ääääääh? Versteh nicht. Bei Tinkers können normal gekraftcasste Sachen funktionieren. Ich funktioniere! Ja, ja. 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 Tatsum. Ich hab Blankpatterns. Ich hab Blankpatterns. Ich hab Blankpatterns. Zum Grund kann ich euch zuschauen. Und wenn ihr bei mir ausladet. Dann ist endlich mein Lass. Bei mir ist es auch so lange gedauert. Bei mir ist es auch so lange gedauert. Hörst du meine Maus? Ja. Hörst du meine Maus? Ja. Dann hörst du auf wie ich draufhämmer. Dann hörst du auf wie ich draufhämmer. Dann hörst du auf wie ich draufhämmer. ich glaube ich glaube ich will dem hast will dem hast du ich glaube auch mal ich glaube auch mal eine ho und wasser und wasser ja was haben wir ja was haben wir ich mach mir eine Spitzakte muss ich jetzt wirklich gleich mal installieren nicht im Ernst oder nicht im Ernst oder was ist Penny was ist Penny St Prozent und wie macht man eine ho und wie macht man eine ho und wie macht man eine ho als auch als sie und klickst du auf m m es noch erhält erhält wenn er so wie es nicht so wie sie auch ja ich bin gern möglich wie er nur die Kälte nicht so die Kostik die Kostik aus dem Wiener in der Ruhe er braucht die Hälfte und steckt er anbauen er hat XT-Head! Chevel Hat! Michelle-Handle! Hammer Head und Sieg Machst du hier mit Holz und Holz! Diese Sache daneben! Ok ich geh einfach hier minen! Aber was muss man da rein geben? Holz, Form und Holz! mit denen bedeutet dass das eine der meinschaft sachen nicht funktionieren bedeutet mit dem wortel stein her ich meine gerade mit einer holzspitzacke das dauert ewig ein block abzubauen ist so als würdest du mit einer diamantplitzacke einen halben obsidienblock er ist ein stein abgebilden abzahlen 3 was ist das ja auch nicht verhunger ich denke ich kann gleich gleich vorspielen er offen ist endlich spiel Lade 10 Jahre Und der Dolomit ist wieder das HBG-Aberohle Willem, du verhungst Ja, ich verhungere Ich gehe raus aus diesem Tiefen Warte, was ist meine Diener-Zettel Nur die A, deswegen sehe ich so Ich, ich, ich nieder weiter, okay Willem? Ja, du nieder weiter Willem, Willem, was suchen wir? Warte, warte Ich setze mein Zimmer an die E-Mail Die Bücher zurück Hat irgendein normaler Chest Nein, nein Nikola, meine drei Items Du darfst sie alle behalten Du darfst sie alle behalten Ah, will ich mich? Kann ich das Abraum mit Stein? Ich weiß, ich denke mit Stein Mit Stein finde ich wirklich Okay In die Bakterien Oh Ich hab Erde Ich hab Erde Baterien, tötet mich Willem, wie können wir dann in das Ohr Bekommen Welches Ohr? Welches Ohr? Dieses komische Gabrutin Ohr Ähm, von besseren Flint Ich hab Gravel, ich hab Gravel, ich hab Gravel, ich hab Gravel Ich hab Gravel, ich hab Gravel Ja, holt jetzt Flint Macht dann auch eine Spitzacke für mich, oder? Oder zeigt mir einfach, wo das Gravel ist Ja, komm einfach den Weg runter Den Weg runter? Den Weg runter? Ja Ok Ok Das ist so viel Das ist so viel Das ist richtig viel Gravel Das ist richtig viel Gravel Das ist was wir gebraucht haben Ja Ja Oh, das ist ein Wasser, gerade Was ist hier? Was ist hier? Was ist hier? Was ist hier Haltung? Ja Ja Und Benni, was hast du schon so gemacht? Und Benni, was hast du schon so gemacht? Hör, hör Hör Warst du auch so produktiv? Warst du auch so produktiv? Ich bin Ich bin Ich bin Ich kann's nicht spielen Ich kann's nicht spielen Ich kann's nicht spielen Spock, zack, 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 zack Willem 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 Schau hier Ah Ah Hier und so weiter Hier und so weiter Und den nächsten auch Und den nächsten auch Und den nächsten auch OK Ihr könnt wieder drauf Okay, ihr könnt wieder drauf Abdelagravel Abdelagravel Ja, ich hab Ja, ich hab Ja, ich hab Das ist doch ein bisschen He Ah Willem Ich hab not Willem, da ist ein anderes Ohr Willem, da ist ein anderes Ohr Da ist ein anderes Ohr. Da ist Gabro Prometium. Da ist Gabro Prometium. Werden wir alles, werden wir alles... Ich baue schon amal, baue schon amal die Flinte. Willem. Und dann ist noch der Kert Prometium. Das ist wahrscheinlich alles das Geil. Willem. Willem. Ja, Benni. Ja, Benni. Was ist? Modpack Anforderung. Dieses Modpack anforderung. 2 Gigabyte. 2 Gigabyte. Ham. 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 Genau, die hält. Genau, die hält. Benni. 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 Ja. 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 Ich hab's irgendwie geschafft, meinen Computer auszutripsen. Ein Computer ist dumm. Ein Computer ist dumm. Meiner ist schrau. Meiner ist schrau. Ja. Ich sollte einen dümmeren kaufen. Ich sollte einen dümmeren kaufen. Oder einen besseren. Nein. Okay, ich bin wieder an der Oberfläche. Ich bin wieder an der Oberfläche. Es treffen. Ähm, ja hab ich. Ähm, ja hab ich. Nicht. Hab ich Erfolg. Hab ich Erfolg. Danke Nicolat. Okay, ich mach mir eine. Okay, ich mach mir eine. Warum haben wir jetzt 3? Flint Pickaxe. Also ich hab zumindest 3. 3. Also ich hab zumindest 3. Der Maren hat mir irgendwie 2 gedroppt. Wer hat alles, wer hat alles eine? Crafted gerade nix. Crafted gerade nix. Crafted gerade nix. Okay? Also, wer hat alles... Fitt, Fitt. Ich. Ich hab eine. 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 Du eine für ein Mal. Ich hab eine für Nicola. Nicola so. Nicola so. Nicht das Brot essen. Nicht das Brot essen. 2 Sekunden später Willem. Später Willem. Ich ess das Brot. Ich ess das Brot. Ich hab auch nur noch 3 Hümerkeulen Nur Toast Wie macht man Toast? Man beckt Brot Das ist relativ eindeutig Und logisch Ich scheue euch Willem Willem kann man auch nicht Garbrot hin abbauen Dann brauchen wir was besseres Ihr braucht was scheinlich So Eisen oder so Willem aber es gibt die Prometum Ja Kannst du das minen? Willem aber es gibt die Prometum Ja ich hab's Kannst du das minen? Ja ich hab's Ok gut Ich hab's 6 Da ist noch Magnesia Das kann man aber auch nicht abbauen Da ist noch Magnesia Man ist nerv Äh ok Warte ich muss jetzt mal sehen Wie es da so aussieht Denn es hat so ne 20 Sekunden Verzüge Äh dort unten links Das sind So zwei äh Towncraft Symbole Drück mal ein Auf eins von denen Na warte Towncraft wird dann später gemacht Das ist am Anfang nicht da Ooooooh Bitte Kannst du Kannst du zumindest mal schauen was da steht Ja Kannst du zumindest mal drücken was dort steht Kannst du zumindest mal drücken was dort steht Oh Oh Warte schmelt offen ich denke ich erinnere mich halbwegs wie das noch geht Anna ist das ein Daktion Willem ist das der Daktionsmelder Ja wahrscheinlich Ok Oh mein Gott da braucht man da für ihn Oder Nein das ist ja das steht Das ist zu krass Und das war auch eine Eine Elektrongeer Ein In-Wa-In-Gert Und Was Achso Ich habe jetzt eine Eine Hardt gemacht Einen 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 Basic Wie macht man einen Basic Der steht nämlich nur irgendwie resonant und irgendwas Aber wie macht man einen Basic Oh mein Gott dafür braucht man auch dieses I-Va-In-Gert und so weiter Was? I-Va-In-Gert? Also B-Va-In-Gert? Nein I-N-V-A-R-In-Gert I-Va Das ist ganz komisch Also kein Stein A zur Natur Ich bin Ich bin Ich bin Ok Ach man schnau so Da ist ein Ofen Ah Ein Sohn Sohn Ofen Wenn wir einen Ofen brauchen wir dann ein Furnace Dann macht man was mit einem Furnace Mit sieben Eisen in Gott Und einen Einbord Ich meine es gibt ein Furnace den baut man aus Blöcken Es ist so wie ein gigantischer Kessel aus irgendwelchen Brickskommeln Achso Achso die Achso diesen Ich verstehe schon Ja ja die kenn ich die kenn ich Oh das soll jetzt drei Jahre im Saison zusammen haben Wille meinst die Dinos Tickers ganz starks oder von dem anderen Mod Dinos Tickers Dinos Tickers Die Dinos Tickers ist sehr nervig Kannst du Taumcloft anschauen Brauch Zwei hundert Zehntel Furnace Brote Brauchen wir eine Pfanne Für Essen oder so Eine Pfanne Es gibt diesen einen Cooking Mod Da kann man eine Pfanne machen Aprometheum Du musst einen Prometheumblock holen Mach einen Prometheumblock Hast du einen Prometheum Ich hab nur 6 nein ich hab nur 6 Ja wir brauchen noch 3 Ok dann such ich weiter Unten Willem Ja Kannst du für mich schauen Was man dort bei Tormcraft machen kann Für mich Wir brauchen ja irgendwie eine Fackel Nein für Tormcraft kann man nicht sofort machen Benni du weißt Für Tormcraft braucht man normal Eisen Und das haben wir noch nicht Steint Aber ich möchte trotzdem sehen Benni ich weiß hier gibt's Tormcraft Tormcraft Nicola hat damit schon ein bisschen gespielt In diesem Ich will nie Wie lange werdet ihr noch so spielen? Nicht lange Also ich zumindest nicht Hast du eine Fackel Willem? Fackel nein Ich mine nach links So jeder mine ich nach Nach rechts Ich hab Infused stone gefunden Ich hab Order verantwortet Ja das ist für Tormcraft Damit kann man diese Steps machen Mh nicht unbedingt Aber die kann man auch so erforschen Denn ich hab Für Warte siehst du auf der Minimap Eine verlassene Mine Timo Timo auf der Minimap Eine verlassene Mine Ah siehst ja Ich Ich mine in Richtung sie Ich seh gegen den Leuchten Willem Soll ich zum Leuchten hingehen? Ja ich geh zum Verlassene Mine Ok ich geh zum Leuchten Vielleicht erleuchtet es mich ja Timo vielleicht meint ihr das eine und dasselbe Eventuell aber das wird ziemlich dumm Nein Nein siehst du hinter mir gibt es auch noch eine Hülle die leuchtet Aha ok Ich meine eine andere Ich geh gerade in die andere Richtung Pfff Pfff Ich hab Echo Heat Das ist auch ein anderer Stein Das ist auch ein anderer Stein Gap Wer hat diese Stein Gapro 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 Ich hab Komisch Ich hab Kohle Willem Kohle 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 Das erste was ich machen wird ist ein Hülle Das sind ja nicht echt sehr cool Stoff Oh mein Gott So much cooler Stoff Ich muss echt aufpassen weil der Flinchpittackel ist ziemlich bereit Versaucht Willem kriegst du Damage, Wendel das ist die die der wachstum die Kuhlen die Musik meine Leiden mussten wir kommen jetzt so viel mehr als so viel kohler ich weiß aber auch was da alles die hat auch nicht gleich wieder zu mir jetzt eigentlich in die hatten die Produkte schon gleich und zwar in die Menschen spätestens dass denn Ja, okay. Hol dir noch ein bisschen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.